Real und Fischer bewegen ganz Deutschland. Zwei starke Partner, ein großes Ziel. Tun Sie beim Fahrradkauf etwas Gutes. Tauschen Sie in Ihrer Real-Filiale beim Kauf eines neuen Fischer-Fahrrades Ihr altes Rad gegen einen Sofortrabatt ein. Die Aktion findet vom 25. April bis zum 7. Mai 2016 in ganz Deutschland statt. Und so geht's. Tauschen Sie Ihr altes Fahrrad in der nächstgelegenen Real-Filiale ein. Beim Kauf eines neuen Fischer-Fahrrades können Sie sich so einen Sofortrabatt sichern. Oder sind Sie handwerklich begabt und packen gerne mit an? Dann engagieren Sie sich während der Schraubertage an einem der 16 Aktionsstandorte. Hier setzen Sie die alten Fahrräder in Zusammenarbeit mit anderen freiwilligen Helfern wieder in Stand. Alle Helfer erhalten einen 25 Euro Einkaufsgutschein von Real und können mit etwas Glück eines von 16 E-Bikes von Fischer gewinnen. Die reparierten Fahrräder werden im Sommer 2016 an die Tafeln gespendet. Machen Sie mit!